Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsmache der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Loses Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht um Julian Ziedlow. Es vergeht keinen Tag, an dem nicht Julian Ziedlow einen weiteren sehr merkwürdigen und auch geschmacklosen Post abliefert. So deutlich muss man das sagen. Ich bin selbst überrascht und fassungslos über die letzten Tage. Aber bei euch kommen die Videos sehr gut an. Mir macht es natürlich auch Spaß, darüber zu berichten. Und wenn euch das hier noch mehr interessiert, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Ich bleibe auf jeden Fall an der ganzen Sache dran. Ich glaube, in den nächsten Tagen und Wochen wird es noch spannend bleiben. Wir warten natürlich alle auf das große Statement von Julian Ziedlow. Kommt da überhaupt noch mal irgendwas oder hält er weiter seine Zuschauer und Follower hin, den er ja eigentlich alles zu verdanken hat? Alle fragen sich natürlich, was ist jetzt los? Alina hat sich, also seine Nochfrau, sehr, sehr tapfer gezeigt und sehr, sehr cool reagiert. Er hat gesagt, hier gibt es keine Schlammschlacht, es gibt keinen Rosenkrieg, den Kindern zuliebe. Aber sie kann es nicht machen. Sie macht es den Kindern zuliebe. So muss es ja natürlich irgendwie jemanden geben, der so ein bisschen auch mal sagt, Mensch Julian, was ist denn mit dir los? Und ich bin wirklich kein Mensch, der ihn jetzt irgendwie hier nicht abkonnte oder ihn mega daneben fand. Sicherlich den Streit mit Flair fand ich auch schon so ein bisschen komisch, wie er sich dann so die letzten Jahre dann entwickelt hat. Aber ich fand ihn grundsätzlich nie unsympathisch. Ich hatte ja mit ihm persönlich jetzt nichts zu tun und habe natürlich alles auch so weiter verfolgt und habe ihm auch seinen Erfolg gegönnt. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, Mensch, der böse Julian Zitlow, aber was er jetzt irgendwie treibt mit seiner Frau ist halt wirklich absolut daneben. Und ich finde, da sollte man auch dann immer noch so ein paar Videos zu raushauen und seine Meinung zu sagen, weil es wird halt immer dubioser. Gehen wir jetzt aber hier erstmal in den ersten Post rein. Die wechseln sich auch beide ab. Also gut, ein alberner Post kann man sagen, aber ich gehe jetzt hier mal auf die ganzen Kommentare auch ein. Und zwar Also die machen sich da irgendwie so ein bisschen auch über die Leute lustig. Auf der einen Seite, ich musste jetzt auch so ein bisschen lachen und dachte, oh Gott, was macht ihr denn da jetzt? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich so eine Frage, Mensch, was soll das jetzt? Dann gibt es natürlich auch diverse Kommentare, auf die ich jetzt auch so ein bisschen eingehen möchte. Und Lukas schreibt einen User, das Schöne, jeder Kommentar hat die Chance, mehr Likes zu bekommen als der Post selbst. Und das ist definitiv so. Also seine Postings sind jetzt nicht so beliebt, obwohl er trotzdem noch sehr viele Follower hat. Also er kriegt ja jeden Tag Follower dazu. Also es scheint werbetechnisch sogar so ein bisschen zu funktionieren. Dann gibt es hier weitere Postings, wie das innere Kind gerade in der Trotzphase oder ist das schon die Pubertät? Dann schön langsam wird es unglaubwürdig. Ich glaube, der verarscht uns ein bisschen. Das könnte natürlich auch alles sein. Also das möchte ich ja auch von vorne weg sagen. Also ich glaube gar keinem Influencer mal irgendwas. Es kann natürlich auch sein, dass der in zwei Wochen wieder bei Alina ist und sich entschuldigt hat und uns hier so ein bisschen auf der Nase rumtanzt. Aber würde ich auch den Followern gegenüber einfach unfair finden. Von daher finde ich auch die Videos bislang richtig und wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so weit geht, dass der in zwei, drei Wochen wieder in Deutschland ist und wieder alles in Ordnung ist. Also ich glaube schon, dass das jetzt so ein bisschen schwerwiegender ist. Dann geht es hier, bei aller Aufregung sollten wir aber nicht vergessen, dass Al-Bunny 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Poker High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Das kriegt ein Like, wer Al-Bunny mag, ist mein Freund. Dann geht es ja weiter. The faith I made once I will realize, realize, oh Gott, my English is not so good, but my German is better. How shitty of a father and husband I am, hab's für dich korrigiert. Ja, dann geht es hier weiter. I think I spyder. Die Leute fühlen sich auch so ein bisschen, äh, äh, KS hat sogar kommentiert, ja. Was Karl S. himself liked, wäre langweilig, wenn dann schon liegt. Ja, ähm, ja. Soviel dazu. Oh Gott, das will man sich jetzt aber auch nicht vorstellen. Also, naja, es ist durchaus interessant, denn hat sie hier mal wieder wild rumgetanzt und sich spirituell gezeigt. Sie ist ja auch so spirituelle Wife auf Julian Ziedlow. Und dann gab es hier einen Post, wo man auch sagen kann, Mensch, die beiden sind sehr sorglos unterwegs. Also, ob das jetzt hier in Deutschland so erlaubt wäre, ohne Helm und freihändig mit dem Moped, ähm, durch die Berge zu düsen von Thailand. Ich habe übrigens auch von euch einige Sachen zugeschickt bekommen, von dem Ort, wo sie jetzt hausen. Also, das kann jeder buchen. Mit Infinity Pool, dem tollen Ausblick, kostet das meine Informationen zufolge, ähm, ich gucke hier nochmal parallel, aber lasst euch ja mal das Video hier parallel abspielen. Bin jetzt also gerade so ein bisschen in Live-Reaction-Fieber. Seht's mir nach, aber bei euch kommen die Videos so auch ganz gut an. Und ich habe jetzt momentan wegen den Umbauarbeiten bei meiner Mutter nicht so viel Zeit. Deswegen bin ich da ganz dankbar. Aber ich habe jetzt hier bei Instagram, ähm, auch einiges zugeschickt bekommen. Und zwar ein Posting von der Villa da, wo sie hausen. Und die kostet pro Nacht 157 Euro. Also, zumindest war das Angebot im November. Hat die 157 Euro pro Nacht gekostet. Mit Infinity Pool, mit tollem Ausblick und Co. Und das ist, finde ich, ein Schnäppchen. Kann man mal machen, ne? Als Multimillionär kann man auf jeden Fall in Thailand ohne Probleme sich mal ein paar Monate zurückziehen und einfach mal nichts machen, ja? Gesteht ja auch jedem zu. Da sollte jedem zustehen, ja? Aber ich finde, man sollte dann trotzdem ein wenig fairer mit seiner Nochfrau umgehen. Und wenn man überlegt, der hat ja hier auch noch die Bilder mit seiner Frau hier online, dann fragt man sich halt auch, was soll das, ja? Ähm, und hier gab es halt auch einige Postings unter diesen Beiträgen. Man muss auch sagen, das sind alles Postings von Alina Schulte-Ibbenhoff. Sie hat dann mit ihm Bilder gepostet, von wegen, ne? Und dann wurde es auch immer gleichzeitig bei ihm, ähm, veröffentlicht. Ähm, so richtige Postings von ihm gab es jetzt erst wieder. Aber ich glaube, die letzten Postings, wo er mal was gepostet hat, war Rocker Nutrition. Das war, lief aber auch, und Julian Zietlo, das, das, ich glaube, so einen richtigen einzelnen Post, wo er mal gepostet hat, das ist jetzt, glaube ich, das hat ja Julian Zietlo gepostet. Ähm, also die haben immer zusammen sich getaggt, das macht man ja auch so, nimmt man Reichweiten von beiden mit. Die haben ja beide Follower. Ähm, dann wird das auf beiden Feeds erscheinen, ne? Ja, aber, ähm, das ist jetzt schon länger her, dass er jetzt irgendwie in dieser Phase der letzten knapp neun, zehn, zwölf Monate, wo auch diese sehr merkwürdigen YouTube-Videos entstanden sind, ähm, da gab es dann keine gemeinschaftlichen Postings mehr, auch eine lange Zeit. Also das letzte Posting war vor 36 Wochen und, ähm, ja, dann gab es dann halt diese sehr merkwürdigen Posts aus den letzten Tagen, die ich ja hier aufgeklärt habe und er selbst hat sehr lange auch davor nie selbst was gepostet. Das waren dann immer Alina oder Rocker Nutrition und Co., die ihn halt, ähm, verlinkt haben. Das muss man dann auf, auf Instagram auch immer noch freischalten. Ähm, vielleicht hat sie aber auch die Zugänge zu seinem Social Media, ich weiß nicht. Ähm, man muss das immer noch bestätigen, ähm, wenn das dann, äh, gemacht wird, ob man das auch veröffentlichen will, diesen Post. Ähm, das scheint er dann auch selbst anscheinend gemacht zu haben, es sei denn, er hat irgendwie einen Content-Manager, der das macht für ihn. Ähm, aber ja, es ist komisch und er scheint ja keinen Content-Manager momentan zu haben, uns selber jetzt wieder seit Instagram zu führen, weil die Postings jetzt alle sehr, sehr merkwürdig sind. Es gibt auch ein Posting, wo er sein, äh, in seiner Story, das kann ich jetzt hier, glaube ich, aus YouTube-Gründen nicht zeigen. Das ist ein bisschen, da wird sein, äh, Energy-Coach beim Duschen gezeigt und, naja, das zeige ich euch jetzt hier nicht. Also, ähm, alles sehr, sehr wild. Mal unter anderem bei Julian Ziedlund. Wie gesagt, äh, ich biete ihm auch an, er kann hier gerne ein Interview halten, auch vollkommen wertfrei. Weil mich würde einfach mal interessieren, was da jetzt abgeht, ob der jetzt vollkommen abgetrifftet ist oder ob der uns einfach nur verarschen will oder was da jetzt Phase ist. Auf jeden Fall finde ich es Alina gegenüber einfach nicht in Ordnung, auch den Kindern gegenüber finde ich das jetzt ein bisschen albern. Ich glaube, die Kinder werden das ab einem gewissen Alter auszusehen und werden sagen, Mensch, Papa, da hättest du das irgendwie cooler machen können in der Phase. Äh, irgendwie, klar, ein bisschen Humor, aber, ähm, hättest ja deine, äh, unsere Stiefmama, wir gehen jetzt mal ins Positive, ja, äh, oder deine Liebschaft, äh, da besser präsentieren können und meine Mama nicht so verletzen sollen, vielleicht in der Phase, ne. Gut. Sei es drum, ähm, was jetzt genau natürlich zwischen Alina und Julian abging, das wissen nur die beiden, aber man sieht ja auch in den Kommentaren, es sieht sehr danach aus, dass sehr viele, also 95% Minimum auf der Seite von Julian, äh, Zietlo nicht mehr sind, sondern auf der Seite von Alina, das hat mir fast versprochen, ähm, und ja, das soll es dann für heute gewesen sein, ich werde auch wieder die nächsten Videos vor der Kamera machen, momentan bin ich halt, wie gesagt, gerade mit dem, mit den Umbauarbeiten hier noch ein bisschen zu Gange und, äh, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder und ich denke auch im nächsten Livestream am Sonntagabend wird das definitiv wieder Thema werden und, ähm, auch diskutiert werden, was bei Julian Zietlo so abgeht. Bis dann und ciao, ciao.